Die Sozialwissenschaften und die Frage nach der Methodologie Bestenfalls ist die Wissenschaft planmäßig, geregelt, sachgerecht, personengerecht und reflektierend. Sie stellt also Fragen und plant, wie man sie beantwortet, im Rahmen gewisser Regeln. Man muss auch wissen, wen zu befragen und welche Fragen akzeptabel sind. Das alles muss dann auch zu einer Datenaufnahme führen. Doch es ist schon mal passiert, dass Zufall dieses Ganze ersetzt hat. Man muss nur am berühmten Beispiel von Isaac Newton denken. Solche Serendipitous-Momente spielten auch eine große Rolle in der Wissenschaft. Häufig arbeitet die Forschung in Grenzen mit einem kohärenten Schema, das auf Überzeugungen und Werte basiert ist, die zu Entscheidungen des Forschers leiten. Diese Grenzen werden von der Methodologie gesetzt. Eine der bekanntesten Methodologien ist der Positivismus. Das heißt, dass man die Sozialwissenschaft mit Gewissheit untersuchen kann. Es ist messbar, empirisch und deckt Gesetzmäßigkeiten auf. Das spielt sich in dem Behaviorismus aus. Denn im Behaviorismus kann man mit mathematischen oder statistischen Mäßigkeiten den Zusammenhang der gelernten Reize und folgenden Reaktionen berechnen. Diese Prägung widersprechen Wilhelm Wendelband sowie Wilhelm Dylvie. Dylvie meint, die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir. Außer den oberen Akteuren entwickelten sich in der die Sozialwissenschaft eine Vielfalt an modernen Theorien. Diese studieren unter anderem mikrosoziologische Prozesse, das Individuum und Linguistik mit Betonung auf qualitativen Methoden und Wendung an konstruktivistische Theorien. Das Ergebnis ist Max Babes sinnverstehende Soziologie, Meads symbolische Interaktionismus, Grounded Theory, Ethnomotologie, Sozialkonstruktivismus, Diskurstheorie und Diskursanalyse unter anderem. Methodenpluralismus kann auch benutzt werden. Das ergibt Triangulation, denn qualitative und quantitative Daten werden verwendet zum Maximieren der Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Resultate. Doch nach der wissenschaftlichen Natur sind quantitative Methoden überwiegend. Ein Ausgangspunkt ist, dass man nicht eine ausgedachte These in die Wirklichkeit projiziert, sondern eine These aus der Wirklichkeit hinausliest. Ein Ausgangspunkt ist, dass man nicht die Wirklichkeit und Unfallbarkeit überwiegend.